Jo. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, bam. Ja, also, da hätte ich mir gerne, also, auf jeden Fall einen dritten Teil noch gewünscht. Also, sind hier schon acht Jahre rum. Das verstehe ich nicht, also. Das Spiel wird ja immer noch gespielt. Valve hat aber auch die letzte Zeit wenig entwickelt, ne? Und auf dem Markt gebracht neue Spiele, ne? Ach, ich fällt mir da nicht viel ein. Leider. Eines der besseren Entwicklerstudios. Aber was ist denn da jetzt los? Das Let's Play ist nicht am Laufen. So, und so eine lange Ladezeit. Was ist denn das hier für ein Mist? Ich muss das nochmal neu starten. Ne, ist doch noch in Ordnung. Wird ja unten angezeigt, hier der grüne Button und dann dahinter der Mikrofon. Das lädt aber auch lange, du. Einmal. Bei mir ist voll, warte halt, ja, auf Fuß. Na, du wartest auf mich, ja. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das ist doch bestimmt wegen dem neuen Update von Shadowplay. Lange Ladezeiten. Wie läuft das auch alles ruddelfrei? Let's. Ja. Zieh mit ihm an. Ah, ist schon wieder Englisch. Ah, wieder auf Englisch, ja. Aber gut, wir haben ja deutsche Untertitel. Ja, zum Glück. Ich finde die Typen mit den Anzügen geil, wenn die zerschossen werden. Das zischt immer so. Waffen gibt's hier nicht? Ich glaube, welche oder was? Jo. Ja. Gut. Medikits. Hier haben wir eine Pumpe hier. Ja, wunderbar. Geil, da hinten die Sonne, ey. Ach, bitte, Valve, wenn ihr mich jetzt hier hören könnt. Ja, bitte, neue Spiele, ey. Hallo. Okay, dann gibt's nix. Nö. Geil, ja. Ja. Ja, das ist ein kleiner Bug jetzt wieder hier. Die Sprachausgabe wieder auf Englisch. Ja, ja, da ist schon mal was. Und weiter? Dafür sind meine Grafik-Bugs, die ich zur letzten Folge hatte, weg. Ja. Hier müssen die Hände runter, irgendwo hier links. Geht's auch los. Ja, das ist jetzt. Hier ist noch eine Nahkampfwaffe. Ein bisschen Schläger. Hier sehen wir. Ich gehe schon mal runter, ne? Wo ist da hinten? Gehen wir hier runter. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Oh! Oh! I'm reloading. Yeah. Oh, I'm reloading! Yeah. Oh, I'm reloading. Oh, man. That's not cool. Reloading. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Reloading. Ah. Das neue Muni Das ist ein Benzinkernis, das ist kein Problem. Ah, hier ist eine schöne Katana. Das war das andere Linie, ja? Ah, sehr gut. Brotshafen, hier mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Treffen sie das. Hier, wir haben noch genug. Ja, ja. Oh, der. Ei! Oh, der ist großartig. Oh, der ist großartig. Denk oder was? Oh! Ah, der ist großartig, ja? Okay. Das ist ein bisschen gefährlich, ja? Oh, der große ist ja immer noch. Scheiße, das ist gefährlich. Oha. Klaus, das nicht. Ich werde mal heilen, hier. So. 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 Ammo here. Ammo here. Oh. Ich schuld mir mal die andere Pistole wieder, wenn ich da noch hinkomme. Nee, komm ich nicht. Aber hier sind gerade alle. Nein, ist das hier. Gleichen Wagen, YK. Alter, ist das hier blutig hier drin, Alter. Luis. Weapons. Wut. 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 Grenade! So, hier gab es noch was zum sammeln, was war das hier? Woop! Don't do that! Oh! Oh! Oh no! Oh! 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 Alter! Der ist ganz da oben, ja? Das ist schon tot! Fabrik rein! Das ist gut! Oh! Oh! Reloading! Fire in the hole! Reloading! What level over here? Watch out! Reloading! Das ist wieder ein Quantana. Ich glaube hier oben müssen wir weiter. Hier lang, ja. Oh, der Deckel hier. Jawoll. War mal eine. Ah, das ist gut. Nein, das ist die... Die ist auch geil. Macht Laune. Da ist ein bisschen Schuss hier. Ja. Ich habe das gemacht. Ach, hier ist der Schutzraum, ja. Hier ist der Schutzraum. Vor allem wenn der Typ auf dich drauf hockt, du kannst nicht lenken. Nein, nein, der lernt nicht. So meine lieben Freunde, schön Kaffee hier auf dem Tisch. Der Flubbe im Hals. Der Flubbe im Hals. Der Flubbe im Hals, halt. Der Nuss pur, würde ich mal sagen. Joa, der Flubbe im Hals. Joa, die ist auch super. Das ist eine Profi-Pumpe, Alter. Ja. Das ist die Wozzi. Jawoll. Dann heile ich mich nochmal. Dann nehme ich mir noch Medikretten. Ah, die Medikretten habe ich gar nicht. Nämlich die Tabletten. So. Das, ja. Und jetzt haben wir genug. Ja, alles klar. Das weitergehen. Oh. Das, ja. Ich peine. Ich aufschlauere oder in der Kuppe. Das ist die Linie. Ich neige das. Ich rüberlöss. Ich rüberlöss. Ich rüberlöss. Ich rüberlöss. Wie viele? Das ist die Linie. mit vor allem schüttel ab wird gebrutzelt raus durch oder war es doch auch die Zunge hier runter Zunge da hinten noch das hier das Laserwizier aha das ist ein Scherzer gewesen ja ich hab noch ein Lücken überziehen die laserstrahl bei einer hol er hat mich alle weggezogen mit der zunge vor sich ich brauche Hilfe was der blöcke mich hier ich brauche Hilfe wir haben gerade zu tun wir sind im Weg So weit er geht hier überlebe ich nicht, den muss hoch jetzt. Alter. Der ist mit der Zunge, ja? Den hieß du einfach. Der hat den Zunge um den Hals und er hat Spank gehabt, ja? Also, der kommt immer aus dem Dirk und so. Oh, den muss ich mich verpassen. Wollen wir, ist nicht noch ein großer hier. Durchdrehen. Ja. So, den werden wir fast. Komm her, du Arsch. So. Das war's, Junge. Du bist fertig, Alter. Lieb's noch Pillen. Geile Sounds hier, Alter. Ach, geil, ey. Das Wasser rauscht, ey. Geil dann. Oh, Francis läuft lieber rückwärts. Das war's. Das war's. Die Wörter ist ja hier. Das war's. Da, ich ziehe. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe keine Kugel in den Arsch Was zeug ich mit einem 9mm? Was ich denn? Ey, sag mal, ey! Oh, der haut mit mir ab hier! Ja, der will im Abbau, ey! Hehehe! 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 Was hat nach dir? Bespucker hier! Oh, der Bespucker! Ja! Ich hab glaub' ich den Hellste! Ja! Oh! Still the light! Jetzt noch Licht! Will das was bringen? Da ist noch Licht! Nein! Kein Licht! Du musst alles machen! Ach so! Ja, aber sonst seht ihr die Strahlen! Das ist ein Licht! Die ist hier glaub' ich drin hier! Die Licht ist immer ne Kettensäge! Die kann auf ihn, weil es keine Fall ist! Ja, ist sie! Die sind noch nicht auf! Die sind noch nicht auf! Ehhh! Ah, jetzt haben wir die Kettensäge! Die hat eine vorherige Frau! Ja, kann man nicht wissen! Ich hab' nicht gewusst, dass es eine Kettensäge gibt! Oh! So, die nehm' ich doch gerne! Ich will die Tartana haben! Ah, neue Muni hier für die OZI! Das ist gut! Schauen wir mal nach hier! Jawoll! Oh, ich hab' Ich kann nur noch ein paar Pillen nehmen! Die irgendwo noch, äh, äh... Was machen wir? Was machen wir denn? MediPack habe ich nur eins! Wo ist einer Typ? Warte mal! Da hinten! Ja, die Pillen halten auch nicht lange! Die putzen wir auf und irgendwann... Ach, das bist du! END! Wo kommt welche? Oh fang! der haut ab alter wo sind wir hier durch der schule weg ja hunter der hat würde aber das war mal ein hunter geil hier rot hier ja sehr gut weiß ist es auch ein leuchtturm oder was die nächste schiff zu leuchten Boah! So ne Ruzisi ist schon nicht schlecht hier, die hat ja auch keine Wirklichkeit. Der ist ein gutes Feuerrad da, Alter. Cooler da. So. Ey. Was denn? Das machen. Nein, nicht nehmen. Wurfgeschoss oder sowas. Auch hier ist Sprit für die Kettensäge. Aber da haben wir ja noch einen vollen Tank. Setz dich nur bei großen Gegnern ein oder bei Horden. Kettensäge auch. Gut. Das ist auch die Ruzisi, ne? Ja. Ja, das ist gut, Alter. Seid ihr alle da, ja? Ja, ja. So. Das ist ja so ne Gangster-Waffe. Das klopfen sie an Amerika sehr gerne. Ah. Ja. Oh. Oh. Ne Stirn. Nein. Das ist Nerds, nein. Reloaden, Alter. Reloaden die Hoden, Alter. Oh, ne. Ein bisschen groß, Alter. Ich glaube, ein bisschen von... hier hoch und der... Boah, die Karten, Alter. Drei Dreh'n wohl eher Wenn wir das zu viele werden, hol' ich die Kämpfe wieder raus Nein, der mit der Zunge Schieß'n ab So Jogging, super Jetzt kommt hier alles Alle sind ja auch voll auf dem Präsentiert-Teller, ey Cool Dann mach' ich runter Ja Achso, ich kann ja schneller gehen Ja, durch den Sand Ja Treib Sand, Alter Das ist schon Großes Schiff, ja Okay, ins Schiff rein kommen wir selber nicht Ne Ja Jawohl, wie wir von dem Schiff hier woanders lang Nö, ich hab' mein Nutzer hier Dort geht's in den Tank rein, ne Ja 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 Wieder raus Jetzt hier wohl Hier hinten rüber Ja Ja Genau, die müssen wir runter Über springen Oha Oh nein, nicht du hier Nein, nein, ins Wasser Mich auch Scheiße Im Wasser Ich hab's geahnt, ey Ich hab's geahnt Die Die zwei Bots hätten noch weiterspielen können Wieso sind wir jetzt wieder hier? Alles reicht Ich bin noch ein Kaffee rein Ich hab's geahnt Der scheiß Charger, Alter Der hat ne Überraschung für uns gehabt, äh So, ich mach' mir noch ne Fluppe Das ist aber ne andere OC wie die Ja gut, äh Das heißt ja nicht umsonst, Left4Dass äh, sterbt man auch mal, das Bleibt nicht aus Das war persönliches Pech Der hat uns beide wie ne Bowlingkugel aus dem Weg hier Na gut Ja, ist ja gut, ich bin bereit hier Kumpel, ich bin irgendwie in die Ozefeline Ja, jetzt müssen wir das im Schnelldurchlaufen ein bisschen machen hier Äh Naja, die Leute beim letzten Day können ja vorspulen Wenn wir mal sehen wollen, bis wir wieder da sind dann spulen wir halt vor Ist ja kein Problem So schnell können wir hier auch nicht durchlaufen weil die Gegner werden geschoben kommen Aber das gehört halt dazu Okay, sie hätten auch einen anderen Checkpoint wählen können Also dass sie jetzt immer den 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 Schutzraum nehmen Ja, die Witch, ja Fuck up Witch, Alter Burn Baby Burn Burn Baby Burn Ich hab die schon hier verliebt und gerade die Ladehämmel Ich hab ein fettes Barbecue hier Ich hab ein fettes Barbecue hier Ich hab ein fettes Barbecue hier Okay, hier hinten waren die Laserpointer Okay, hier hinten waren die Laserpointer Achja Die sehen auch immer ganz anders aus Okay, die sind nicht mehr hier Hey Warum auch immer Ich weiß nur der Entwickler Stärkerei, ja Der Smoker Das ist doch irgendwo so ein kleiner Fratz hier Wo ist er? Guck mal her Ich schurne auch bis Lachen Wie Mann Wir brauchen irgendeiner mit in der Schwanzehunde hier irgendwo Da hab ich mir irgendwo was geholt Aber er ist wohl nicht mehr hier Ja Wo ist denn der Dicke? Den hab ich schon erledigt Den hab ich schon erledigt Boomer Ne, ne, nicht der Boomer Der Rambock Der da hinten so rumschreut Der, der Charger Der Standort hier Oh, hier, hier Da kommt Oh Oh, Alter Sonne Oh, Feier Feier in der Hohle Feisworn Oh, die ähnliche Sprache gefällt mir auch Oh Reloading Jesus Christ I'm reloading ich kann alles ich kann den AP nehmen, ja? so sind wir jetzt bald wieder da wo wir vorher waren bragging Läuft mal nicht so schnell. Ich bin verletzt. Aha. Ich hab nur ein paar Pillen hier. Also ein Verbandspaket habe ich hier. Alter, jetzt hast du ein langer Checkpoint hier. Gibt es mein Mund oder was? Ja. Aber hier gibt es keine... Bands testen. Kettensäge, wo hin? Dann müssen wir gleich an den Westen machen. Also, wenn es das noch mal passiert. Ja, ich glaube, dann machen wir die Leute hier aus. Dann werden wir gleich noch mal ins Wasser fallen. Nee, Kettensäge ist auch weg. Siehste? So, ein bisschen hier rüber. Auto ist hier auch noch im Wasser. Der Motor crime noch. Weiß ich schon. Oh! Der weiß springen, ey. Reloading. Oh! Der Motor wieder. Oh nein, 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 nein. Na ja. So, dann müssen wir hier lernen, glaube ich. Hier rüber. So, dann müssen wir hier lernen, glaube ich. So, dann müssen wir hier lernen. Oh! So, dann müssen wir hier raus. So, dann müssen wir hier raus. Oh! Wir klären da auf wieder ab, ey. Ich bin gleich da. Oh! Ah! Da ist er. So, dann müssen wir gleich wieder. Ich bin gleich da oben. Kommt! Oh, da kommt wieder so ein Rambock, er ist im Haus. Ich brauche unbedingt Medi-Pack. Nein, shoot! Was ist denn nun los hier? Ach du scheiße, den Alarm, alter. Ich kann ja gar nicht mehr drauf, alter. Oh, scheiße, man! Der Alarm ist los. Ich kann dir Schmerzmittel geben, ja? Ich wüsste, wie das geht. Weil ich dir Schmerzmittel geben, aber gerade anders hier. Warte mal, geh ich so auf Schmerzmittel? Kann ich dir das so geben jetzt? Ne, nein. Doch, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich hier bedrücken muss. Warte mal, so vielleicht? Ja. Hast du das bekommen? Ja. 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 Alter, die Tante ist jetzt voll unter Drogen. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, auf dem Schiff war noch ein Medi-Pack. Wenn es noch wieder da liegt, heißt es. So. Ja. Dann kommen wir mal die Creme. Warte mal. Ja. Ich komme hier unter Drogen rum Wow. Dad Mensch. Troll! Troll! Oh nein! Ah, ich wollte kurz zahlen. Die kriegen wir ja gut weg. Komm besser. Hab ich nichts mehr zu heilen, ey. Der Charger hat gleich ja überhaupt keinen Bock an. Dann muss ich dir doch was zum Heilen geben. Ja. Eine habe ich gefunden. Aha. Eins ist nur noch zwei. Geh rein? Nee. Nö, lass oben bleiben. Das unten Drohschlaufen war nur... Ja. Weil wir wären ja eh wieder hier rausgekommen. Was ist das hier? Scheiße, das hier ist ein Wurf. Adrenalin! Ja, der steckt hier! Wollen wir mit? Ich hab noch einen Medi-Kit gefunden. Echt? Ja. Das ist nicht gut gebraucht. Aber erstmal den Charger weg. Der Charger, da hinten ist er. Der blöde scheiß Charger hier, du. Der ist immer noch da. Oh, wo ist er? Da ist er. So, das war's. Ein Problem weniger. Gib mir mal das Medi-Pack. Ja, genau. Wunderbar. Wir müssen auch passen. Wir hätten schon da hinten vielleicht noch einer. Und das ist der selbe Fahrt. Jogi. Hm. So. Stopp. Wir müssen, glaub ich, da runter da rein. Da können wir ja auch gleich jetzt ins Ende hin. Ne, wir können auch gleich hier ins Ende hin. Ah, das gibt's ja nicht. Oh, ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Gucken wir erst mal, ob der, das war, glaub ich, der letzte Charger. Ich glaub, jetzt haben wir keine Probleme mehr hier. Also ich glaub jetzt hier schon mal vom Wasser weg. Schön hier rein, hier unten, dann kann ja nichts passieren. Ja. So. 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 Okay. Den Part haben wir schon mal geschafft hier. Schon mal gut. So. Ah, ein NDR Coronavirus. So. 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 Oh, die AK ist auch nicht schlecht. Aber wer ist das, ein Boomer hier? Oh, die AK ist gut, Alter. Wieder ein Dickau. Jawoll, die AK ist gut, Alter. Ja, gut, ein Schaden, ein Schaden. Ich habe einen Wurf geschossen. Da habe ich noch einen Monotaur. Oh, endlich. Safe-Room. Das wurde auch mal Zeit. Ein langer Abschnitt. So, alle sind drin. Wunderbar. Zweimal, dreimal. Ja, ich killed's, ey. Das fiel, ja. Boah, ich laufe da eher ein bisschen gechillt rum. So, ne. Mach ich das auch auf leicht, weil ich mich da nicht so hart bin. Äh, ne. So. Da muss man immer wieder im Safe-Room anfangen, ey. Das ist irgendwann auch blöde. Come on Francis, give it a rest. Will ja auch forward strong. Oh, I'm being serious. I really hate islands. I, um. Incelulaphobia. I'm afraid islands. Incelulaphobia. I'm afraid islands. So, ich, äh, nehm mal hier. Das ist die M16er. Die hätte ich natürlich noch lieber. Let's go. Die M16er. Pfff. So, hier ist ein Medipack. Das ist von der Bar. Von der Bar. Von der Bar. Gibt's noch ne Tablette? Warum soll ich jetzt Adrenalin nehmen, Alter? Na gut. Oh man. Ich müssen, glaub ich, hier irgendwelche Scheidenörfer anmachen. Ja, anscheinend schon, ja. Ist ja das dritte Kapitel jetzt. Ja. Die Ruiden hier hört man gar nichts mehr an. Oh, jetzt kriegt er was. Kein Sound wie im 16er, Alter. Ja, das ist der Gegenpart aus Amerika gegen das Arkenhaus. Äh, hier waren wir schon mal. Guck mal hier rein. Hier waren wir schon mal. Die Map kennen wir da. Da haben wir die Generatoren befüllt. Ja, da standen normalerweise Generatoren. Ja. Das ist jetzt aber trotzdem was anderes. Ja, ja. Also von der Story her schon, aber... Hier standen wir vorher ein Generator. Den wir auftanken müssen. Die Endsequenz, die ganz anders ist. Oh, was soll ich denn jetzt hier mit der... Ah, diese blöde Spritze. Ich will sie nicht haben. So. So. So, wir... Ach, wir pöppen auf diesen Theoriden. Ja gar nichts. Ach du Scheiße. Hier war die Portrayer. Hier rechts. Wir haben jetzt mit dem Auto rübergefahren. Oha. 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 Boah. Eieiei. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Wo bist du hin? Boah. Ja, Charger. Ja. Ja. Ich hab einen Jockey auf dem Kopf. Nein. Danke, Luis. So. So, was ist jetzt hier Sinn der Sache? Das hier. Ohan, noch einen Charger. Boah. Oh nein. Oh nein, noch einer. Oh nein. So. Dann gehen wir mal hier runter. Ja. Let's go. We have more generators. So, Marnition. Ah, das ist nicht von dir, Luis. Das hab ich gebraucht, ja. Ja. Let's power up this generator. Kann man losgehen? Ne. Tu mal die... Dinge vorschmeißen. Was denn da sitzt drauf? Ach, ich dachte, ich muss den auffüllen hier den Tank wieder. Ne. Ne. Ich hab den Sinn immer noch nicht verstanden. Ammo here! Au. Okay. Nicht viel gekostet. Das Ding mal hier starten. Wo startet man das denn? Ab dem muss man einfach... Einfach hingehen und E drücken, ja. Ja. So. Oh, ich höre den Großen schon wieder. Komm her. Komm her. Hey! Ah! Oh, oh! Sehr nice, ne? Hahaha. Oh, Manni. Manni wieder. Okay. Die sind gekommen. Komm keiner mehr. Das war schon gut. Doch, die kommen. Ah ja. Okay. Okay, jetzt halten wir langsam mal hoch, wieder weniger. Ich glaube, wir haben neue Munition. Ah, hier ist auch neue Munition. Dann schmeiß ich den mal an hier, ne? Jo. Soll ich an schmeißen? Warte kurz. Hier liegt noch Benzinkanister, die verteil ich mal. Soll ich schmeiß an, ja? Jo, ich schmeiß an. Boah, was war das denn? Ich seh nichts mehr. Ich weiß nicht, ich stehe hier in dem Feuer, oder? Ja. Äh, scheiß Läure! Nein! Ich werde mich echt wegnehmen. Oh, das ist die Räuche. Äh, was soll ich denn? Ich lad nach, lad nach, los, komm! Ja, warte, zuerst wieder rein. Oh, ich küsse mich ab. Los zur Brücke. Achso, ja. Gut. Das ist diesmal ziemlich einfach gewesen. Gucken, was denn für eine Abschlusssequenz kommt. Ich muss noch ein bisschen beeilen, ja? Ach, hier oben hoch diesmal. Toll. Was hier? Aha. Oh, nee. Der Generator ist off. Wie alle, oder was? Ach, du Scheiße. Ich will da nochmal, der ist doch schwerer. So. Ah, zwei Charger. Drei Charger. Scheiße, da kommt die hoch. Da hat nach Kopf, los. Oh, hier kommt noch einer, Scheiße. Oh, nein. Was macht ihr? Der Typ ist hier genau neben mir. Warte, 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 warte. Zu hoch. Wo ist der Große? Also ich brauche Hilfe, sonst fahre ich mich. Dann kann ich runterkommen. Das solltet euch beeilen. Ja, ich weiß. Jetzt ist er tot. Ich komme hier runter. Hier. Lass mich runter. Arschloch. Wo bist du? Da hätten jetzt noch ein Charger. Arschloch. Wo bist du denn? Der Luis hat mir jetzt gerne gehört. Bist du. Ich weiß nicht, wo du bist. Ganz oben. Du bist lebt ja wieder. Du hast heute mal die Ende hier. Ja, ich glaube, wir müssen den Generator anschmeißen. Nicht nur einen, alle. Oh, noch ein Charger. Ich werde bekloppt. Ich halte mich erst mal. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Oh man, ich muss wieder verlebt werden. Ich glaube, die kommen hier unendlich. Ich muss wieder verlebt werden, sonst stelle ich. Das ist ganz ein wenig hier. Da bin noch kein Charger mehr. Ich gucke, dann schaffen wir das. Oh, da kommen noch mehr. Oh, du musst mich jetzt hier bald wieder beleben, sonst kann ich nicht mehr. Dann schaffen wir das nicht. Ich wüsste mich gerade an. Ja, du wüsste mich auch. Noch ein Charger? Oh, kack, Junge, Alter. Oh, ich bin ja leer geschossen. Also ihr müsst mich schützen. Ich reiß den Generator jetzt an. Ja, mach mal. Das ging anscheinend mal so. Haben wir es geschafft? Ich musste mich opfern, dass ihr wegkommt. Sacrifice. Und ich sag noch, das ist ja richtig einfach. Dann haben wir die Brücke hoch und dann kommen da 5, 6 Charger. War eine Überraschung, ne? Weil wenn du den Generator wieder einschmeißt, dann kommst du nicht mehr hoch. Hey. Ich hab mich mit Adrenalin vollgepumpt, da bin ich Weltmeister hier. Aber dafür gab es einen Erfolg. Für was? Na, dass ich mich geopfert hatte. Dass der Rest schafft. Ja, gab einen Erfolg. Wusste ich aber nicht. War jetzt per Zufall. Einer für alle, alle für allen, ja. Ja. So, ich hol mir gleich erstmal ein Bier, Alter, für die nächste Folge, ey. Mann, 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 Mann. Oh, genau, ich treib nur 21. Na ja, gut. Mal mit Leben. Kopfschlüsse, Prozent, alle Treffer, 3 Prozent. Ja, das ist normal bei MG oder sowas. Schnellfeuerung. Mal mit Leben. Ja. Zombie.